Ich krieg wieder ein Auto-Shotgun und ich krieg nur einen Schlüssel für Munition für mittlere Patronen. Wow, wirklich. Die mittleren Patronen, die bringst du immer, Digga. Soll ich ihn damit abstichen oder was? Wir holen so ein Spiel. Oh mein Gott. War da nicht... Nein, nein! Nein. Was hab ich getan, Digga? Ich hab ihn so abgetrieben, Alter. Hast du geblieben? Digga. Das ist glücklich, Digga.